Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Preview-Video auf meinem Kanal Gaming Inspection. Ich habe einen Blick in die Open Beta von Skull & Bones geworfen und berichte euch von meinen Eindrücken der ersten Spielstunden. Viel Spaß! Skull & Bones erscheint am 16.02.2024 für PC für rund 59,99 Euro und stammt vom Entwicklerstudio Ubisoft Shanghai und dem gleichnamigen Publisher Ubisoft. Geschichtlich tauchen wir in die Hochzeit der Piraten ein und versuchen unseren Platz zu finden. Die aufwendig vertonte Intro-Sequenz führt uns auch so gleich sehr gut in die Thematik ein, der wir auch kurz lauschen wollen. Der Anbruch des Kapitalismus. Unternehmen so mächtig wie Nationen beherrschen die See- und die ertragreichsten Handelsrouten der Welt. Dieser kurze Einblick zeigt schon deutlich, dass auch bei der Einführung nicht an der Atmosphäre gespart wurde. Nach der Intro-Sequenz befinden wir uns auch eigentlich schon im Prolog bzw. direkt schon im Gefecht und können so ein bisschen mal ausprobieren, was die Steuerung eigentlich mit sich bringt. Das heißt, wir werden erstmal ein bisschen wild umherballern müssen oder können und sehen uns an einem Schlachtfeld wieder, was wirklich sehr, sehr unübersichtlich erscheint. Aber das ist, wie gesagt, für den Anfang nicht so wichtig. Wir sehen hier am Rande noch die gegnerischen Schiffe. Das sind hier Engländer in dem Bereich oder Briten oder wie sie damals bezeichnet werden. Und hier werden wir uns erstmal ein wenig zur Versie setzen müssen. Man muss schon ein Ziel bekommen, dass größere Schiffe im Hintergrund haben. Und können natürlich auch ein bisschen die anderen auch anschießen. Natürlich sind wir im Prolog erstmal unbesiegbar. Ansonsten hätten wir diesen Kampf nicht mal ansatzweise irgendwie auch bestehen können. Das werden wir auch später im Spielgeschehen noch sehen, dass es schon deutlich schwieriger werden wird. Aber allein nur diese Prolog-Sequenz macht schon richtig Bock, einfach nur ein bisschen umherzuballern und um Unruhe zu sorgen. Wenn man ein bisschen länger in der Prolog weitergespielt hat, sieht man noch wirklich eine Sequenz dann kommen, wo wir eigentlich unserem Untergang entgegeneifern und versuchen uns da noch ein bisschen zu wehren. Aber das wird erstmal keinen großartigen Stellenwert mehr einnehmen. Hier sehen wir schon, es übernimmt die nächste Introsequenz und wir sehen am Ende schon diese Artilleriefeuer, was jetzt auf uns einprasselt und unser Schiff dann tatsächlich zum Untergang zwingen wird, sodass wir diese Schlacht auch wirklich verloren haben. Nach der verlorenen Schlacht sehen wir uns auch im Stile von Titanic wieder auf einem kleinen Holzblatt wieder und merken langsam, dass unser Charakter oder unser Spieler hier nicht gestorben ist, sondern die Sache noch überlebt hat. Die britische Flotte ist irgendwie verschwunden, keine Ahnung warum. Aber wir befinden uns dann auch so gleich im Modus, wir gucken in unsere Fütze hinein und können dann unseren Charakter erstellen. Auch dabei können wir wahlweise sehr viele verschiedene Charaktertypen, männlich, weiblich, auswählen und uns dann für einen beliebigen entscheiden. Und dann können wir auch wirklich in die Detailanalyse reingehen, das heißt Hautfarbe können wir auswählen, wir können die Körperform auswählen, den Körperschmuck, die Augenfarbe, Haare, Gesichtsbehaarung, also hier bleibt erstmal dem Zufall nichts überlassen. Also man kann jetzt wirklich, wenn man Lust hatte, sehr, sehr viel Einstellung hier vornehmen und ein wenig Zeit darin investieren. Natürlich wird eine Augenfarbe oder sonstiges jetzt nicht großartigen Spieleinfluss nehmen, aber hier kann man sich wirklich einen Charakter nach seinem eigenen Blieben erschaffen und wie man auch dieses Piratenabenteuer erleben möchte. Was ich ein bisschen interessant finde, ist, dass man nicht die voreingestellte Version des Charakters für unendlich haben muss, sondern man kann diese auch später noch variieren oder nochmal verändern, auch selbst auf dem weiblichen Charakter, wenn man ein Männlichen genommen hat. Aber da kommen wir später noch zu. Zu Beginn werden wir dann von zwei anderen Piraten aufgegabelt und haben dann so einen kleinen Fischkutter und sind dann schon im eigentlichen Spiel drin und da sehen wir, wir können uns schon direkt mit einem Speer zur Wehr setzen, weil unter anderem auch Haie, auch später Krokodile oder sonst was unser Schiff angreifen und versuchen, uns im Untergang zu bringen. Das heißt, hier muss man versuchen, sich da ein bisschen zur Wehr zu setzen. Ganz am Anfang muss man natürlich auch zusehen, dass man erstmal ein bisschen zu euch kommt, das heißt, man wird erstmal ein paar abtrünnige andere Piraten sehen, mit denen man quasi einen Dialog und erste Quests bekommt und hier sehen wir zum Beispiel, wie wir einen Schiffswrack inspizieren müssen. Dazu müssen wir mit einem Brecheisen so kleine Arcade-Games durchspielen, damit man auch da drauf kommen kann. Auch sehr interessant, sowas ins Spiel zu integrieren. Was ich auch sehr lustig finde, ist, dass man auch das Schiff selber aus der Ich-Perspektive steuern kann. Man kann auch aus einer Vogelperspektive das Ganze später nehmen, aber das macht auch ein bisschen Spaß, das Ganze von der Szene dann zu sehen. Was sehr lustig ist, sobald wir unser erstes Piratenversteck gefunden haben, werden wir sehr freundlich empfangen, sag ich mal in Anführungsstrichen. Also nicht mit großer Begeisterung, da wir eben mit einer Niederlage nach Hause zurückkehren. Als nächstes zeige ich euch die Karte. Wir werden zum Anfang uns in St. Anne befinden, das ist Piratenunterschlupf, und können uns hier mal auch mal ein bisschen reinklicken und gucken, was für NPCs es denn da gibt, was man denn da alles machen kann. Das sieht man jetzt hier an der Stelle, aber auch wenn wir jetzt gleich mal in die eigentliche Karte mal ein bisschen rauszoomen, sehen wir erstmal, wie groß sie ist. Natürlich habe ich jetzt am Anfang noch nichts erkundet. Hier sieht man auch, auf was für Sachen man stoßen kann, also was man alles erkunden kann, was ganz nett schon mal da ist. und natürlich wird es die Karte immer weiter aufdecken, desto mehr wir auch, oder desto weiter wir auch fahren werden im Laufe des Spieles. Hier rechts sehen wir auch, dass auch solche Events dort sind, wo man daran teilnehmen kann, solche Welten-Events. Die sind natürlich jetzt erstmal anfänglich bei uns noch nicht erreichbar. Damit wir am Anfang an der Steuerung nicht überfordert sind, wenn wir uns an den einzelnen NPCs langhangeln müssen und erstmal so die grundlegenden Sachen zusammencraften, Spitzhacken, Sägen, Sicheln, die werden wir zunächst mal craften müssen oder herstellen müssen. Ein paar Sachen haben wir dafür schon eingesammelt während unserer ersten Schiffstour und werden damit dann auch die ersten weiteren Quests erledigen können, damit wir auch später dann zum Schiffsbauer gehen können und unser eigenes zweites Schiff dann bauen können. Hier an der Stelle seht ihr mal, wie wir die einzelnen Sachen herstellen, die wir gleich oder überhaupt im Laufe des Spieles auch benötigen werden. In der nächsten Szene sehen wir, wie wir zum Beispiel Akazien sammeln, die werden wir entweder als Treibgut einsammeln können oder in diesen kleinen Arcade-Games, dass wir mit dem Schiff ranfahren und das Ganze selber fällen. Wie gesagt, die Säge dazu haben wir uns ja gerade in der Vorsequenz auch entsprechend hergestellt, gecraftet und das ist erstmal so ein bisschen Sammelarbeit, die eigentlich auch zu solchen Open-World-Games mit dazugehören. Dann befinden wir uns hier beim Schiffsbau und hier sehen wir einfach, was wir eigentlich alles schon kaufen können. Verschönerungen, auch hier für Flaggen, Farben und sonstiges. Also da werden wir erst später darauf genau zurückkommen können, was wir oder wie gesagt, wie wir unser Schiff auch damit ausstatten können. Aber das wird erst im späteren Spielverlauf sinnvoll oder interessant werden, wenn wir auch wirklich genügend Geld oder Silbermünzen gesammelt haben, um uns das zu kaufen oder weitere Gegenstände haben, um irgendwas dafür zu nutzen. Hier sehen wir auch an der Stelle das Schiff, was wir aktuell haben. Das ist das Rammschiff, das ist eigentlich absoluter Müll sozusagen und wir können nach und nach jetzt gleich auf das andere zurückgreifen. Später werden wir noch Baupläne benötigen und hier sehen wir schon mal die erste Sequenz, wenn wir unser erstes Schiff tatsächlich unser eigen nennen können und das Wichtige dabei ist, dass es schon ein bisschen stärker als noch mit Kanonen und so weiter ausgestattet werden kann. Damit das natürlich funktioniert, müssen wir zum nächsten MPC, gegen den Schmied, uns auch hier Kanonen herstellen. Auch dafür werden wir Materialien benötigen. Die haben wir jetzt an der Stelle natürlich schon eingesammelt in unserem ersten Spielverlauf und können uns auch hier in der nächsten Zwischensequenz die Kanonen zusammenstellen oder aufbauen. Finde ich auch sehr schön, dass auch solche Zwischensequenzen mit reingenommen wurden. Aber ansonsten kann man noch andere Bewaffnung oder Harpun oder ähnliches bauen, auch Rüstung und sonst was. Und wir werden natürlich auch Kanonenkugeln herstellen müssen, damit wir was zum Schießen haben. Deswegen auch an der Stelle, ich habe jetzt mal hier wirklich mal ausgenutzt, was ich an Altmetall hatte und das einfach mal komplett investiert an der Stelle. Im nächsten Bereich sehen wir, wie wir unser Schiff verwalten können und hier können wir auch einen Namen wählen. Das haben wir jetzt hier an der Stelle mal gemacht, was ich sehr fraglich fand. Ich wollte es mal Rosemary nennen und das funktioniert nicht, weil es ein Schimpfwort ist. Das war mir bis dato auch noch nicht geläufig. Aber gut, wollen wir uns nicht mit solchen Kleinigkeiten befassen. Wir haben sie einfach Babette genannt und werden damit unser Unwesen dann erstmal treiben. Im nächsten Menü sehen wir auch wirklich die Verwaltung. Das heißt, wir können den Segelschiff hier direkt loslegen, wir können die Fracht verwalten oder eben das Schiff und hierbei zum Beispiel unter anderem die Bewaffnung. Hier haben wir schon mal drei Kanonen gekauft und in dem kleinen Schiff können wir vorne, links sowie rechts eine Kanone hinstellen. Das machen wir an der Stelle auch erstmal bei späteren höheren Schiffstypen können wir natürlich mehrere Kanonen an verschiedene Positionen packen. Es werden auch solche Artillerie-Kanonen zur Verfügung stehen, die man beispielsweise vorhin hinstellen kann. Auch hier weitere Ausstattungssachen, Tauwerkkasten etc. gewisse Buffs, sag ich jetzt mal, also hier da zum Beispiel die Beschleunigung wird auf 300% erhöht und wir können auch Schiffsverschönerungen machen. Aber wenn wir auch hier erstmal so eine kleine Einweisung bekommen, werden wir am Anfang noch nicht auf alle zurückgreifen können, sondern müssen uns die nach und nach eben freischalten und dazukaufen. Das haben wir vorhin bei den NPCs gesehen. Ansonsten so Farbe, Muster können wir da an der Stelle erstmal schon mal machen, dass wir zumindest jetzt ganz am Anfang ein bisschen optisch was auf die Beine stellen können. Auch den Rumpf können wir auch von der Farbe her verändern. Aber wie gesagt, ganz am Anfang werden hier noch nicht Verzierung oder sonst was zur Auswahl stehen, weil wir das alles noch nicht freigeschaltet haben. Sobald wir unser Schiff so gestaltet haben, wie wir es wollen, können wir auch einen See stechen und dann die ersten die zweite Schiff habe ich übrigens Betty genannt und können dann tatsächlich die ersten Aufgaben erledigen, um dann im Spiel weiterzukommen. Bevor wir im Gameplay weiterkommen, werde ich euch noch ein paar Verschänderungen zeigen, die ich gerade angesprochen habe. Jetzt bin ich schon im weiteren Spielverlauf und werde hier zum Beispiel vorne solche kleinen Sachen anbringen können. Aber dafür benötigen wir trotzdem noch Gold und Ähnliches, um das anbringen zu können. Das heißt, das ist tatsächlich auch ein bisschen kostenspielig auf Verzierung an der Seite. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie einen großartigen Nutzen haben, dass man da wenig oder schwerer geändert werden kann. Das weiß ich nicht oder es einfach nur so eine Optik an der Stelle ist, dass es ein bisschen fieser aussieht. Das kann ich jetzt nicht beantworten. In dem nächsten Bereich sehen wir übrigens, wie wir auch die Fracht verwalten können, wie ich es gerade schon erwähnt habe. Manche Truen, die wir gefunden haben, können wir natürlich öffnen und sehen, was da drin ist und können das natürlich komplett erstmal rausholen da. Und dann müssen wir natürlich zusehen, dass wir unser Schiff so ein bisschen entladen, weil wir natürlich dann nur einen begrenzten Platz haben. Das heißt, wir können irgendwann nicht mehr looten. Deswegen müssen wir das in unser Lagerhaus überfrachten. Schade ist, dass man irgendwie nicht alles auswählen kann, sondern man nach und nach die Sachen anklicken muss. Ist ein bisschen blöd gemacht, aber hätte man ein bisschen besser bestimmt regeln können, aber damit konnten wir uns auch arrangieren. Hier haben wir übrigens auch so eine erste andere Kanone, die wir noch hatten und hier sehen wir, wie auch diese einzelnen Typen da ausschauen und können das Ganze entsprechend auch, wie gesagt, platzieren. Wir können übrigens auch die Sachen auf dem Schiff verändern, wie beispielsweise die Besatzung, da können wir andere Sachen anziehen. Wie gesagt, auch das ist relativ Kostspielchen für den Anfang oder zu Beginn erstmal relativ uninteressant, aber wir können sonst noch alles wirklich das Steuerrad anpassen und keine Ahnung was. Also da ist wirklich der optischen Raffin erstmal nichts, keine Grenzen gesetzt und da können wir uns echt ein bisschen austoben, um da auch zu schauen, was wir alles erledigen können. Als kleinen Exkurs zeige ich euch hier übrigens nochmal, dass wir auch auf gewisse Schatzkarten zurückgreifen können oder die finden werden und dort sind so ein paar Hinweise gegeben und dann müssen wir uns auf die Suche begeben, um da auch den Schatz auszugraben. In der kurzen Zeit habe ich jetzt keinen gefunden, aber ich finde es sehr interessant, dass auch das in dem Spiel mit aufgegriffen wurde, sodass man auch so ein bisschen Abwechslung in die Spielthematik da mit reinbringen konnte. Wenn wir mit einem fertig sind, können wir uns dann auch an die einzelnen Missionen begeben. Im Hintergrund hören wir unsere Mannschaft singen, während wir wirklich hier versuchen, die erste Mission zu erledigen. Da müssen wir so ein paar kleinere Schiffe zum Untergang bewegen, das heißt, diese angreifen und dort sind die Kämpfe dort schon deutlich herausfordernder als im Prolog. Wir sehen unten links auch die Energieanzeige unseres Schiffs, wir können sie währenddessen auch reparieren, was wir jetzt hier nicht gemacht haben. Wir können irgendwas essen, damit wir gewisse Vorteile oder Buffs bekommen und das ist schon mal sehr, sehr interessant. Des Weiteren können wir auch andere Schiffe entern, das sehen wir jetzt hier. Wir haben versucht, den Platz zu erreichen, das ist nicht geschafft, das heißt, wir müssen ein bisschen näher ranfahren. Das ist zum Beispiel, wenn man manche Items erbeuten muss, das heißt, man muss das Schiff entern, damit man auch hier die Sachen bekommt. Hier sieht man so eine kleine Sequenz, das heißt, es ist kein richtiges Entern, sondern man zerstört das Schiff, aber beutet noch ein paar andere Sachen aus, aber doch relativ nett ins Spiel integriert. Auf der, oder in St. Anne gibt es übrigens auch noch weitere Sachen, wie so ein Auftragsbrett, auf das man zurückgreifen kann. Dort kann man auch separat neben den NPCs manche verfügbaren Aufträge erledigen, um entsprechend Silber als Belohnung zu bekommen. Wie gesagt, diese Währung werden wir auch früher oder später da an der Stelle benötigen. Je nachdem, wie schwer die Mission ist, wird man natürlich mehr oder weniger Gold oder Silber erhalten, aber das ist, denke ich mir, auch leicht verständlich. Zuletzt werden wir auch noch einen NPC kennenlernen, wo wir unseren Charakter noch verändern können, verschönern können und hier sehen wir auch, dass wir wieder Silber und Gold dafür benötigen, auch manche Sachen freispielen müssen, aber dann können wir uns wirklich andere Kleidungen einverleiben oder auswählen, die wir dann nutzen können, um einfach hauptisch da anders darzustellen. Für manche braucht man auch Ruhm oder ähnliches, also auch hierbei muss man relativ viel Zeit investieren, um auch da seinen Charakter anders darzustellen, aber da merkt man auch, dass die Spieltiefe da sehr, sehr deutlich gesetzt wurde und da gibt es auch ein paar sehr, sehr nette Accessoires, auf die man zurückgreifen kann, also auf die man auch mit Sicherheit Lust hat oder darauf Bock hat. Man kann auch übrigens Gesten verändern, da kommen wir gleich auch noch dazu. Also wie gesagt, da charaktermäßig wird man noch auf vieles zurückgreifen, auch einzelne Hüte oder sonst was, wenn man jetzt nur ein wenig investieren müsste, zum Beispiel diesen Hut, den könnte ich mir jetzt kaufen für 800 Silber, dafür hätte ich jetzt tatsächlich Geld und ja, dann bin ich zumindest das Optische schon mal ein bisschen anders aufgestellt. Ich hoffe, dass ich euch mit dem kurzen Preview-Video zur Open Beta einen kleinen Einblick in Skull & Bones auch bieten konnte und finde das Spiel sehr interessant, es hat einige Stärken, einige Schwächen, was ich vielleicht vermisse, wie unter anderem, dass man nicht selber sein Schiff anlegen kann, sondern es automatisch passiert, ja, aber ansonsten bin ich mal sehr gespannt, wie sich das Spiel entwickeln wird und bedanke mich auch für eure Zuschauen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da und kommentiert, was das Zeug hält, in dem Sinne freue ich mich auf weitere Videos mit euch zusammen und wünsche euch an der Stelle noch einen schönen Tag und bis demnächst, ciao! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!